Die erste Übung ist eine Variante des Beckenlüftes. Ihr legt mit dem Rücken auf der Matte, die Arme sind weit ausgestreckt und dient als Stabilisationshilfe. Die Unterschenkel befinden sich auf dem Gymnastikball und ihr hebt das Becken langsam nach oben, drückt die Knie durch, sodass der Körper eine Linie bildet. Spannt alles gut an, Po, Bauch, Anspanne. Auf die Atmung achten, kontinuierlich weiteratmen, 45 Sekunden lang halten und nach den 45 Sekunden wieder langsam das Becken ablassen. Ich zeige euch jetzt noch zwei Varianten. Die erste Variante ist, die Arme parallel zum Körper zu lassen, auch wieder das Becken anzuheben, alles anspannen. Die dritte Variante ist, die Arme auf die Brust zu nehmen, das Becken anzuheben, alles festmachen und wieder 45 Sekunden lang halten. Die dritte Variante ist, die Arme, die das Becken anzuheben. Die dritte Variante ist, die dritte Variante. Wie sie tun, das Becken anzuheben, alles festmachen und wieder einfach anzuheben. Vielen Dank.